Löche Leute! Wir sind auf der Karte Pilsen. Eeeh, jo! Wir probieren gerade ein paar Bugs aus. Hinter mir ist die Joanne. Dann haben wir einmal drüben den Mr. Bobbygun und den Justin202. Ja! Mr. Bobbygun, wo sollen wir denn noch... Das war da hinten bei E4, wo du sagst, wo wir hinkommen sollten, ne? Ah, E4, D4, okay. Naja... Dann halt so. Wo wir zu hin? Also E4. So. Erstmal schön die Tore kaputt fahren. Ja. Dann. Da, da. Da, da. Ja. Dann. Dann. Ja. Ja. Dann. Ja Was für eine Panzerung hat eigentlich der EEC Nein Keine 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 Meinen wir welchen Daten ist er angegeben Das sehen wir uns einfach mit dem Panzer zu fett Ups Entschuldigung Soll ich dich ja auch noch hochschieben Mit deinem kleinen Krümel Ach da schau einer an Hoppala Ey Freundchen Muss da schräg hochfahren Da kommt der Justin Ich würde da mal weggehen an deiner Stelle Was willst du gleich blatt Es wackelt So Wackelt ein wenig Und was ist mit der Knarre los Ich zieh dich an und ich zieh dir mal runden Wenn ich jetzt mal einen Schuss abgebe Hast du auf jeden Fall Schaden Das ist echt Ich stecke fest Ich stecke fest Ich stecke fest Vorsicht Joinn Ich wollte jetzt mal das Feuer eröffnen Hey Hey Die kam ja da rein Weiß ich nicht Und was ist das Was ist das Was ist das Das ist das Scouts Hilf mir Hilf mir Hehehe, der versucht nicht zu schießen, aber das geht nicht Können Sie sich das lassen? Warum? Du steckst doch da eh fest Wer will mir helfen? Kommst doch doch nicht mehr raus Abpraller Du legst dich mit dem Tiger an Zum Abpraller Nicht schießen Wieso nicht? Sonst geht der Klitsch nicht Na klar Ja klar Um Da ist sie ja Du musst ein Stück weiter nach links Genau da Immer schön vorsichtig Und ich wacke Hi Der Bug geht mit dem Panzer nicht Der Panzer ist zu fett dafür Magst du dich noch einmal? Ja Ja Ich bin draußen Jetzt Der Fettsack ist draußen Danke Bitte, immer wieder gerne Ja Und ich hab hier gerade mal ein Lagerfeuer Ah, selbst euch noch sagen Bist du schneller? Ähm, ich hänge fest Ähm, ich hänge fest Wo ist denn jetzt dein Kumpel? Ja Ja Ich komm da schlecht hin Ich komm da schlecht hin Wenn dann musst du dir der Justin helfen Mr. Blubber Mr. Bobbe gern Ja schön Ich hänge ihn Mr. Blubber Weil er Mr. Blubber ist Ja Jetzt seh ich ihn auch wieder Hoppala So Leute Ich sag erstmal wieder gut bei Dankeschön Für zugucken Und bis dann Ciao Christian Ciao Ciao